Hallo, ich bin die Schweiger Sonja, ich bin die Haarpraktikerin und bei unserem Glückskräutergarten beim geschichtsträchtigen Metzgerhaus in Kirchdorf erzähle ich euch etwas über die heimische und europäische Pflanzenwelt. Was sind das für eine Pflanzen? Welche Inhaltsstoffe und Wirkungen sind enthalten? Was mache ich daraus und vor allem wie mache ich das? Das und nur viel mehr erzähle ich euch und im Anschluss verarbeiten wir unsere Pflanzen zu Badesalzen, Kräutersalzen und im Winter zu Duftsakerl- und Räuchermischungen. Kämpft vorbei, denn es ist ganz sicher für jeden ein passendes Kreidl dabei. Ich darf mich freuen, eure Sonja.